Viele Leute haben ein Hobby, jeder hat sein Steckenpferd. Und zu irgendeiner Lobby, heut fast schon ein jeder Chör. Ja, auch ich, ich steh auf Fußball, ich bin Mitglied im Verein. Und an jedem Wochenende sind wir auf dem Platz und schreien. Ratata, ratata, wum, wum, heute spielen wir Gruß auf. Ratata, ratata, wum, 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 auch wir felsen heut gut drauf. Ratata, ratata, wum, 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 wum. ...Mülepski und Zauner.